Mein Name ist Stefan Andrewitsch, Geschäftsführer des gleichnamigen Kunsthandels in Wien in der Stallburggasse 2 und wir sind spezialisiert auf Silberbesteckkisten in verschiedenen Größen. Ich darf Ihnen heute eine sehr große, vierladige Silberbesteckkiste präsentieren. Eine Besteckkiste der Silberwarenmanufaktur von Vincenz Dup, um 1925 gefertigt in der Wiener Ziegelgasse. Die Besteckteile sind insgesamt nicht nur vollständig, sondern weit über 200 Stück, etwa 230 Stück für zwölf Personen. Die Hauptspeisen, Messer, Gabel, Löffel, da gibt es auch 24 Stück für das Zwischengericht, Besteck aufgrund seiner Größe sogar für Kustentiere, das sieht so aus. Alle Vorlegteile wie Suppenschöpfer, Salatbesteck, Vorleglöffel, Tortenheber, Zuckerstreuer, Käsemesser, Spargelzangen und vieles mehr. Und die Kiste wurde von uns aufwendig holztechnisch restauriert, die Grundteile verkromt und das Rehleder teilweise gereinigt und sogar getauscht. Also die Kiste ist in einem perfekten Zustand. Wenn Sie mehr über Silberbesteck, deren Geschichte erfahren wollen, besuchen Sie uns doch in unserer Galerie in der Stahlburggasse 2 in CNC in Wien oder aber im Netz unter www.andrewic.com. www.andrewic.com.